Nach zwei Jahren ist es endlich soweit. Die Fans haben dafür gekämpft und ist offiziell. Die Zack Snyder Version von The Justice League kommt endlich raus. Aber wartet mal, ich weiß nicht, ob ihr wisst, worüber ich rede. Wer ist Zack Snyder und was ist diese Zack Snyder Version von The Justice League? Alle Informationen und die ganze Geschichte in diesem Video fangen wir also direkt an. Fangen wir mal an in dem Jahre 2017. Denn in 2017 kam Justice League raus. Der nächste Film vom DC Extended Universe, das ist das Filmuniversum von DC, genau wie das Marvel Cinematic Universe. Und das wäre dann der nächste Film für DC. Es war Justice League. Und der allererste Regisseur von diesem Film war dieser Mann hier. Und sein Name war Zack Snyder. Und er hatte ursprünglich extrem viele Ideen. Und er wollte den Film ursprünglich drei bis vier Stunden lang machen. Aber während den Dreharbeiten ist etwas sehr Schlimmes passiert. Seine Tochter ist gestorben. Und wegen dem ganzen Stress mit der Familie und natürlich auch mit Warner Brothers, weil sie sehr viele seiner Ideen nicht mochten, verließ er das Projekt. Und nach Zack Snyder kam ein zweiter Regisseur. Das war dieser Mann. Das ist Joss Whedon. Und das war der Regisseur von dem allerersten Avengers-Film. Und alle Fans, inklusive ich, hatten große Hoffnung. Denn Justice League und Avengers ist an sich derselbe Film. Es sind halt die berühmtesten Helden von den Universen. Und wie sie zu einem Team werden. Also an sich ist es ja der gleiche Film. Und viele dachten, dass Joss Whedon den Film richtig gut machen wird. Und dann kam Justice League raus. Im Oktober oder November, glaube ich. Und wir haben es alle gesehen. Der Film ist gefloppt. Sehr viele Leute mochten den Film nicht. Wenn ich ehrlich bin, ich fand ihn ganz okay. Also der war jetzt nicht so gut. Aber der war jetzt auch nicht so schlecht. Deswegen, ich fand ihn ganz okay. Eine 5 von 10 würde ich ihm geben. Das ist halt nur meine Meinung. Aber sehr viele Leute fanden ihn schlecht. Und er hat auch nicht so viel Geld eingespielt. Im Vergleich zu anderen DC-Filmen. Insgesamt kann man einfach sagen, der Film ist gefloppt. Aber 5 Tage nach dem weltweiten Release von Justice League hat der ursprüngliche Regisseur Zack Snyder angefangen, jeden Monat oder jede 2 Monate solche Bilder zu posten auf seinem Twitter-Account. Und bald entstand der Hashtag Hashtag Release The Snyder Cut Auf Deutsch übersetzt Bringt die Zack Snyder Version von Justice League raus. Denn Zack Snyder hatte sehr viele interessante und legendäre Ideen für Justice League. Die waren aber niemals im Film. Also die haben wir niemals im Film gesehen. Und er hat es selber in mehreren Interviews gesagt. Der Film Justice League ist ungefähr 10% von dem, was Zack Snyder sich erhofft hatte. Also 90% vom Film. 90% seiner Ideen wurden niemals gezeigt. Welche diese Ideen sind, die kann ich euch jetzt sagen. Natürlich haben wir nicht alle Ideen von ihm bekommen, aber auf jeden Fall ein paar. Die erste Idee wäre das hier. Superman im schwarzen Anzug. Das ist mein Lieblings-Superman-Kostüm, weil es einfach sowas von legendär aussieht. Wie wir uns recht entsinnen, in Batman vs. Superman ist Superman gestorben, er wurde von Doomsday gekillt und Zack Snyder wollte, dass Superman in diesem Anzug zurückkommt und nicht in diesem hässlichen Anzug. Ja, also das war dann die erste Idee, dass Superman im schwarzen Anzug auftaucht. Dann hätte es noch mehr Szenen zwischen Cyborg und Flash und zwischen Agorman und Wonder Woman gegeben. Mehr Szenen, mehr Interaktion, viel mehr Witze und generell, man würde einfach sehen, wie die Helden als Freunde wachsen und auch als Teamkameraden, was auch natürlich sehr wichtig für den Film ist. Dann gab es noch unzählige Cameos von verschiedenen Charakteren aus DC. Einer davon wäre zum Beispiel Ryan Choi, ein Wissenschaftler oder ein Physiker bei Star Labs und der ist The Atom. Er ist sozusagen die DC-Version von Ant-Man, also der kann kleiner und größer werden und The Atom haben wir auch in Legends of Tomorrow gesehen. Das ist aber Ray Palmer, Ryan Choi war dann der zweite Atom. Also das war ein Cameo-Auftritt. Dann gäbe es noch eine Szene zwischen Flash und Iris West. Keine große Szene, aber eine kurze, witzige Flirt-Szene zwischen Iris West und Barry Allen. Was es auch noch geben sollte. Es sollte Auftritte von Green Lantern und Martian Manhunter geben. Wer sie nicht kennt, das sind zwei Gründungsmitglieder der Justice League, zwei sehr wichtige Helden in diesem Universum und die waren nie im Film. Green Lantern hätte auftauchen sollen als Hal Jordan und Martian Manhunter, er ist ein Alien, der kommt aus dem Mars und er hat die Fähigkeit, sich in andere Menschen zu verwandeln, also wie die Skrulls. Und was ich richtig nice fand, die Idee, wie man Martian Manhunter einführt. Denn im allerersten DC-Film von Warner Brothers, das war Man of Steel, gab es diesen Typen hier. Das ist General Swanick, ein, sagen wir mal, Schurke und der ist von der Regierung und der mochte Superman nicht, weil er halt ein Alien ist. Und Zack Snyder wollte ursprünglich in seinem Justice League-Film, dass General Swanick Martian Manhunter sei und dass wir dann das enthüllt bekommen. Ich finde das richtig geil, aber die Idee gab es leider nie im Film. Also Green Lantern und Martian Manhunter, zwei sehr wichtige Charaktere, hätten auch im Film sein können. Was es auch noch geben sollte, eine Zeitreisenszene mit Flash. Ich weiß nicht, ob die große oder klein ist, aber wir sollten sehen, wie The Flash in die Zeit zurückreist, um den Zuschauern zu zeigen, dass The Flash wirklich ein krasser, wirklich krasser Superheld ist. Das ist absolut heftig, Leute. Wirklich absolut heftig. Und was ich auch noch als letztes sagen wollte zu den ganzen Details, was mich am meisten schockiert hat, wirklich am meisten schockiert hat, es hätte einen Auftritt von Darkseid geben sollen. Darkseid ist die DC-Version von Thanos und er ist der Oberboss von DC. Er kontrolliert jeden Schurken und er ist stärker als Thanos. Er braucht nicht mal Infinity-Steine. No joke, er ist stärker als Thanos und er ist viel krasser als Thanos. Wirklich, ihr könnt euch vorstellen, wie krass dieser Typ ist. Lest einfach die Comics, der Typ ist einfach ein Monster. Wirklich, der ist heftig. Und stellt euch mal vor, in Avengers 1 würde Thanos direkt auftauchen. Nicht in einer End-Credit-Szene, sondern direkt im Film in einer Kampf-Szene. Stellt euch mal vor, der erste Avengers-Film wäre einfach Infinity War gewesen. Puh, das ist absolut krank. Und genau das wollte Zack Snyder. Er wollte, dass Darkseid in dem Film auftaucht und er wollte, dass Darkseid die Justice League besiegen sollte. Und anschließend wollte er auch aus dem ersten Justice League-Film einen zweiten machen und einen dritten Teil. Das waren ein paar seiner Ideen. Die anderen wurden uns leider noch nicht enthüllt. Vielleicht werden wir ja irgendwas sehen. Wer weiß, wer weiß. Aber das waren so ein paar seiner Ideen, die leider nie von Warner Brothers angekündigt wurden. Sie wurden von Warner Brothers nie supported. Und deswegen hat auch Zack Snyder das Projekt verlassen. Einerseits wegen Warner Brothers, aber andererseits auch wegen seiner Familie. Aber jetzt haben wir natürlich auch die News bekommen. Vorgestern wurde es uns enthüllt. 2021 kommt diese Zack Snyder-Version auf HBO Max. HBO Max ist eine Streaming-Plattform in den USA von dem Sender HBO. Und meines Wissens nach gibt es diesen Sender nicht in Europa oder halt auch Deutschland, was ich echt nicht gut finde. Denn der Film sollte nach Gerüchten entweder vier Stunden lang sein oder es wird aufgeteilt in eine Art sechsteilige Serie. Und wenn das passiert, ist es schon klar, dieser Film spielt nicht im DC Extended Universe. Denn irgendwie, das würde keinen Sinn machen. Warum sie den Film releasen? Ganz einfach. Eigentlich nur, um die Fans zu befriedigen. Denn das ist echt etwas Krasses. Seit zwei Jahren kämpfen die Fans für diesen Film. Es gab diesen Hashtag Release the Snyder Cut von Millionen von Fans weltweit. Und sogar die Schauspieler von Justice League selber haben diesen Hashtag verbreitet. Weil, komm schon Leute, dieser Film war nicht so geil. Und das ist dann die richtige Version von Zack Snyder selber. Mit Darkseid, mit Green Lantern, Martian Manhunter, Iris West. Und was weiß ich. Es wird jetzt alles offiziell passieren. Ich habe richtig Bock, wirklich. Das wird geil. Ich weiß nicht, wo ich das sehen kann. Vielleicht gibt es ja da irgendwelche Webseiten, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich will den Film auf jeden Fall gucken. Trailer gibt es natürlich noch nicht, aber alle alten Schauspieler werden zurückkehren, um diesen Film nochmal zu drehen. Deswegen, ihr könnt alte Szenen aus dem ersten Film erwarten, plus ungefähr zwei Stunden neues Videomaterial mit neuen Helden, Kami-Auftritten und Darkseid. Das wird legendär. Und das war's mit dieser News-Folge rund um die Zack Snyder-Version von The Justice League. Sie kommt endlich raus nach zwei Jahren harter Arbeit. Die Fans haben es endlich geschafft. Genau wie bei The Clone Wars kommt dieser Film jetzt auch endlich raus. Falls dir das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr schon dabei seid. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ist gratis und wäre richtig ehrenhaft von euch. Das war's für dieses Mal. Bleibt sicher, bleibt zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Euer Superlogie und Ciao.